Ich bin der Pflügel. Ich bin der Pflügel. Ich verruhe. Ich versuche, wo ich mich versuche. Ich versuche, wo ich einsetzen bin. Ich versuche weiter, wo ich einsetzeige. Ich versuche keine Energie. Ich weiß nicht, dass wir uns nicht mehr wissen, dass wir uns nicht mehr wissen können. Wir waren nicht angetragen, wir waren nicht angetragen, aber wir wissen, wie wir uns angetragen, dass wir eine andere Geschichte für uns verbringen. Wir haben uns 2 und 2, 4 Reaktionen... Wie ist der Name? Aris Metsch. Aris Metsch. Aris Metsch. Dein Name ist der Jan Meneß. Er ist der Matone. Er machte Wismilchzeitsch, und aber es ist so, ich habe mich noch mal 13 Mäßes, Wismilchzeitsch, 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 und der Meister. Und das ist noch ein bisschen hart. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.